Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, wir begehen heute unseren Nationalfeiertag. Nach dem furchtbaren Zweiten Weltkrieg standen unsere Eltern und Großeltern vor dem Nichts. Und nur durch die Neutralität unseres Landes war es möglich, dass unsere Vorfahren dieses Land auch wieder aufbauen konnten aus den Trümmern dieses fürchterlichen Krieges. Und auch heute ist die Welt nicht sicher. Wir haben den Konflikt zwischen der Türkei und Syrien, dahinter die NATO und Russland. Wir haben den Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Es geht um Macht, um Öl, um Geld und um Einfluss. Und inmitten dieser Viren sind wir ein neutrales Land. Und es ist wichtig, dass dieses Modell der Neutralität auch nicht ausgehöhlt wird oder nicht mehr so ernst genommen wird. Und deswegen bitte ich euch, auch immer darauf zu achten, dass auch in eurer Wahlentscheidung jene Parteien unterstützt, die dieses Modell für Österreich, diesen neutralen Status auch hochleben lassen. Ich wünsche euch allen einen schönen Nationalfeiertag im Kreise eurer Lieben. Vielen Dank.